Herzlich Willkommen in Schloss Charlottenhof im südlichen Park von Sanssouci. Schloss Charlottenhof ist ein ganz ungewöhnliches kleines Juwel, das geprägt wurde von einer einzigen Person bzw. zusammen mit einigen Künstlern. Diese Person, das ist der Kronprinz Friedrich Wilhelm, der spätere Friedrich Wilhelm IV, zusammen mit dem Architekten Karl Friedrich Schinkel und dem Gartenmeister, dem Meister des Gartenfachs, Peter Josef Lenné. Dieses Schloss hat oder beziehungsweise der ganze Grund hier, hat der Kronprinz 1825 von seinem Vater als Weihnachtsgeschenk bekommen. Er hatte zwei Jahre vorher geheiratet, die Elisabeth, eine bayerische Prinzessin und deswegen braucht er jetzt auch eine eigene Ausstattung. Trotzdem hat Friedrich Wilhelm der vierte, also der Kronprinz mit seiner Frau, noch eine Wohnung hier gehabt, zwei Kilometer nebenan, nämlich in Schloss Sanssouci. Und eigentlich wurden sie da, aber er hat dieses Gelände bekommen und an dieser Stelle stand ein Gutshaus. Das war nämlich so ein landwirtschaftlicher Bereich hier. Und dieses Gutshaus war ein ganz klassisches brandenburgisches Gutshaus mit einem Sockelgeschoss, mit einem grösseren Obergeschoss, mit einer Freitreppe außen, so mit zwei Treppenläufen und mit einem ganz großen Krüppelwalmdach, wie man das nennt, so ein gebrochenes Dach mit Mansarden. Und dieses Haus galt es jetzt also umzubauen als Residenz des Kronprinzen. Nun muss man noch wissen, dass so ein Kronprinz nicht einfach ein wahnsinnig reicher junger Mann ist. Der hat gar nicht so viel Geld. Das heißt, Schinkel musste da sich viel einfallen lassen, dass man mit sparsamen Mitteln zu einem tollen Resultat kam, denn die Gedanken des Kronprinzen waren ganz groß. Schinkel hat das wunderbar gelöst, indem er das Dach abgenommen hat, dann ein Flachdach oder für uns sieht es aus wie ein Flachdach, ein ganz flaches geneigtes Dach angelegt hat. Und er hat in der Mitte einen Vorbau gemacht, ein bisschen vorgezogen, diese tempelartige Fassade, um innen Platz für ein Treppenhaus zu gewinnen. Das ist fast alles, was er an dem Bau verändert hat, so dass wir vor uns eigentlich immer noch ein Gutshaus des späten 18. Jahrhunderts haben, aber in einer neuen Hülle. Und diese neue Hülle nun sieht sehr antik aus, wie eine römische Villa im Grunde genommen. Und das war auch die Intention des Kronprinzen. Er hat sich schon als sehr junger Mann intensiv mit der Antike beschäftigt und mit dem Christentum. Das sind so zwei ganz, ganz wichtige Elemente. Er hat als Kind der Romantik, was er nun mal war, davon geträumt, dass man die verschiedenen christlichen Kirchen wieder zusammenführen könnte in eine, die sich an dem frühen Christentum orientiert. Und das frühe Christentum ist ja eine Bewegung, eine Religion, die entsteht aus der Antike heraus. Also diese Verbindungen zusammenzubringen. Und nichts Geringeres als diese große Vision wollte er in diesem Bau hier ausdrücken. Und das sieht man bereits sehr, sehr schön von außen. Dieses Schloss, das sieht man auf einer Luftbildaufnahme ganz besonders gut. Dieses kleine Schloss liegt im Westen einer großen Terrasse. Und auf dem Luftbild sehen wir links eben das Schloss, dann eine lang gestreckte Terrasse, die auf der einen Seite von einer langen Percola gesäumt wird. Und am Ende dieser Terrasse ist eine halbrunde Mauer, die noch eine Bank hat. Eine riesengroße halbrunde Bank. Wenn man da sitzt, kann man wunderbar auf das Schloss schauen. Das ist alles so ein bisschen eigenartig in der Proportion, wieso so eine Terrasse erhöht, wieso dann diese riesige Bank da. Wenn man jetzt das mal ein bisschen abstrahiert und das Ganze von oben eben schaut, sieht man, dass es der Grundriss einer frühchristlichen Kirche ist. Im Fachjargon eine sogenannte Basilika. Ein länglicher Raum mit zwei Seitenschiffen und vorne eine halbrunde Absidie, also ein Chorraum, der halbrund ist. Und hier in Charlottenhof ist die Anlage nun so gebaut, dass es wirkt, wie eine in Ruinen zerfallene frühchristliche Basilika, in die ein Haus gestellt worden ist an einer Stelle. Und man kann zum Beispiel dann im übertragenen Sinn, merkt man diese, sehen, dass diese Pergola eigentlich anstelle eines Seitenschiffs steht und eben diese halbrund Bank den Chor markiert. Also eine ganz großartige Idee. Und hinter mir nur beim Eingang wird das Ganze noch deutlich fassbarer. Denn was soll man für ein so kleines Haus, eine so riesige Türanlage haben mit Schiebetüren. Es sind zwei Schiebetüren, also auch noch völlig unpraktisch im Grunde genommen, um hier hinein zu gelangen. Das ist alles nur als Symbol, als Motiv gebaut. Wenn man nämlich genau hinschaut und vielleicht die Augen ein bisschen zusammenkneift, merkt man, dass diese Trennung zwischen den Türen und diese Querbalken zwischen den Fenstern und den Türen zusammengesehen ein christliches Kreuz sind. Und zwar genau die Proportion eines christlichen Kreuzes. Das heißt, der ganze Eingang wird markiert von diesem Symbol der Erlösung. Und Schinkel nun fügt außen herum so einen Stuckrahmen an. Der läuft so ein bisschen nach oben zusammen und hat dann so zwei merkwürdige Ausbuchtungen, so zwei Nasen, wenn man will. Das ist nun wiederum die Form, das wusste man in der Zeit absolut, einer etruskischen Tempelpforte. Die etruskischen Tempel haben solche Türen, also ein Motiv der Antike. Und diese Form von etruskischer Tempelpforte wird auch ganz oft, auch das wusste der Kronprinz, verwendet in den Grabmalereien, in den ausgemalten Gräbern der Etrusker. Dort dann aber nur gemalt, weil es die Tür ist, wodurch die Seele ins Paradies kommt. Und dann macht es plötzlich Sinn. Wir haben hier also eine etruskische Pforte, die quasi ins Jenseits, ins Positive führt. Eingeschrieben ist das christliche Kreuz, das ebenfalls ins Jenseits oder ein Jenseitssymbol ist, nämlich die Erlösung, die Überwindung des Todes symbolisiert. Und das sowohl in der Antiken als eben in der christlichen Sprache hier zusammengebracht. Und das macht uns jetzt schon sehr stutzig und aufmerksam. Also wenn man so ein kleines Haus hat als Wohnhaus und dann eine so große Idee hat, dann muss es im Innen doch vielleicht auch noch spannende Anhaltspunkte geben. Und das schauen wir uns auch an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.